Wollen wir weitermachen? Nächste Challenge? Okay, nächste Challenge werden Ladies Night, oh yeah! Mit Chica müssen wir nicht darauf achten, einfach die ganze Zeit, wenn wir die Cam runter machen, die Maske aufziehen. Immer daran denken wegen Chica. Toy Chica müssen wir nach links achten, also wir müssen eigentlich nur die ganze Zeit nach links achten, wegen Toy Chica, falls wir die sehen. Foxy kommt her, dann wird irgendwie auf Level 1 oder so trotzdem angeschaltet, weil das Spiel verpackt ist, also müssen wir in die Mitte flashen wenig. Nicht so oft wie jetzt gerade, das ist jetzt nur, weil er auf 20 war und jetzt halt nur auf 1 oder go. Und Mangle hören wir ja recht, also hören wir, wenn die da ist, von daher nur auf den Sound. Wo bist du jetzt eigentlich gerade? Ist das jetzt im Bett? Ja, das ist im Bett, okay. Okay, let's go! Let's go der Hase! Aber jetzt mal ehrlich, wie findet ihr die Beleuchtung? Ist das passt das so? Soll ich das behalten oder fandet ihr das vorher besser? Jetzt, ohne? ALT! Neu! Okay, ja! Ja, ja! Was müssen wir machen. ...Bgiuh! Oh! Da ist auch schon Chica. Habt ihr sie gesehen?! hey danny hey danny hey danny ich heiße danny und falls ihr mich noch nicht kennt ich bin natürlich die meisten leute den meister des händen ganz anders an seiner stadt typisch der nie allein das war zu spät oder ich glaube ich komme ich kann nicht konzentrieren ich kann mich kann wirklich nicht konzentrieren älter habt ihr den glitsch gesehen der mitte war gerade durch ich bin gerade ein horror game ok was hältst du von erreichst heim was was mache ich denn alter ich nächste woche kommt der mailcraft die switch bin so gehypt und mario maker 2 kommt auch ja da kommt nächste woche mario maker soweit ich weiß ne stimmt doch ne ja genau ich bin gerade am stream denn ja mario maker werde ich auf stream was recht ich bin voll aus der übung sorry guys was einfach wurde so Tackler und Putz Kanan ich gerade wie als das hospital damit uss oder soll ich mit ihnen den jams gegeben was meint ihr leute und er hat immer noch nicht gesagt von der beleuchtung alter was soll das hier alt und neu und alt und neu soll ich den satz droppen ok stoppen in die marschiert in polen ein ab heute wird zurück geschossen was ich bin dumm ja dann aber es müssen wir danach noch mal wir müssen dann noch fertig circuit machen und dann kommen hier fünfzehn und zwanzig also noch die beiden sind die richtigen challenges hier der rest ist halt so das ist alle alle an ladies night da ist eigentlich nur das einzige problem für mich toll chica weil die die faktor aber die faktor ich bin ja von fox fox jetzt gewöhnt gewesen aber jetzt habe ich das zumindest durch im first try sogar kannst du bitte aufhören zu blasen meine güte kann dann später auch machen ja immer diese menschen die menschen sind wohl neo retro was ist das neue wort für neu oder was chica ist nicht da ist niemand und wie geht es heute so 3d ist 2d ist 3d ist 2d ist mann ich bin langsam in die linke ab als modell chica entweite chica du musst ein flackern in die beleuchtung rein machen lol ja man man die weiter denn die bitte lass es ja ist bitte gut oder hi denn die bitte lass es fuck denn ich kann mich konzentrieren wie ui 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 switch mit der bitch fuck das war knapp das war echt risky auch nein nicht der lach emoji all die fresse erinnere mich nicht daran fick dich alter ganz ehrlich was soll denn das ding, das ist doch voll ehrenlos wallah was ist das ausgemacht mein bild ist da aufladen aufladen damit ich mich vorbereiten kann ich schicke warum habe ich so irgendwas warum sie weg was ist weg seid ihr wieder da fragt mich wegen der meinkauf map wenn ich zurück in der heimat bin oder nicht in polen fucking lachimo nein denn hier was hast du ausgelöst der ganze shit ist voll mit lach emojis bitte ring mich um weil ich die emojis gesendet hab ja man guck guck was du getan hast es ist deine schuld du hast das ausgelöst bitte ja mich bitte auch gleich dazu so wenn ich glück habe ich da jetzt das ist schon drei morgens wirklich vier morgens hat sie bitte auch junge alter dieser creepy pikachu ohne seine augen sind irgendwann kaputt gegangen halt so ein paar mal hingefallen da sind unsere augen raus gesprungen ja ist tatsächlich passiert es ist zu ruhig kack emoji aber so langsam eine flash light down geht labern die schwarze als ob die kaputt geht junge chica warum gehst du nicht gleichzeitig merke ich will auch einen wurm emoji wir brauchen gar keine emojis wir löschen einfach immer dies aus dem internet ich musste aufladen ich muss was ist niemand da ich hab glück oh mein fucking god vier morgens oh mein gott chica ist es jetzt noch nice heil danny was nein na hast du deinen spaß dort noch ein boden äh diese fucking lache die ganzen emojis ey oh man wir brauchen einen derby mal bitte äh 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 alter ist das unangenehm blenden chica chica ne die chicken ist noch nicht da aber jetzt ist mangel da ok beide sind da ja genau deine nasepuppeln genau so hey monik was ich gucke mir gleich den chat an ich will mich grad auf das game konzentrieren oh mein ich bin für morgens wenn ich jetzt mal kacke dann schreie ich das ist traurig wallah dann schreie ich wallah wallah ich hab nur noch einen batteriebalken aber es ist gar kein problem ich werde schon keinen stromausfall haben du fuck drachenlord tanzverboten was was geht da denn shit ab leute jesss 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 pingslip ja weil wir jetzt durchgebracht haben kämen wir zum pingslip zum anziehen jesss 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 so was haben wir dafür bekommen denn ich muss gucken was ich dafür bekomme mal bitte helfe Richtig gay, Alter. Mach weiter. Mach weiter. Nein. Mach weiter. Du, was ist denn weh in das? Ja, wir haben Chica bekommen. Oh, meine Haare. Ja, wir haben Chica bekommen, Leute. Kleine Situation, ich denke, ich bin süß. Guck mal, ist alles voll. Super, wunderschön.